. Ich sehe auch, dass es nicht an den Details von All-Ouvreschneidig anzugehen, also das richtige Konzept, das im Projekt steht. Dazu gehört doch die Entscheidung, dass in Zukunft nicht mehr nach 19 Stundenkilometer einen Platz von 110, respektive 50, sollen gehen. Und das alles in beide Richtungen. Und ich meine, dass die Verwürf, dass es nicht an die Entwicklung des Norden investiert wird, auch nur definitiv vom Durchsehen. Das ist schon meine Aufgabe gemacht. Für und allem kenne ich den Akkord von dieser Fraktion. Das ist wirklich eine Katastrophe. Für den Moment in Richtung Norden zu führen, CSV hat immer, immer gefreut, für an sich 2x2 Spuren zu führen. . Ich bin sehr froh, ich gebe den drei Projekten der Loire zu den drei Projekten. Danke. Ich bin sehr froh, ich bin sehr froh, ich bin sehr froh. Danke. 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 Untertitelung des ZDF, 2020